Ja, toll, oder? Wir kehren nochmal zurück zum schönen Thema von eben, die Haut der Anderen. Ja, genau. Was denken Sie, was für einen Beruf haben diese Herren? Da kommt ja jetzt viel in Frage vom Bauarbeiter bis zum Fußballer oder vielleicht doch YMCA, keine Ahnung. Nein, es ist ganz anders. Es sind Sänger, es sind alles fünf Sänger und sie bilden ja die erfolgreichste, die beste, die tollste A Cappella-Truppe der Schweiz. Schweiz, Blitz heißen die. Und die stehen heute Abend ihren Mann zum ersten Mal im Tepi am Kanzleramt. Ja, so sieht eine geballte Ladung Schweizer Testosteron aus. Und ja, da passt sehr gut auch unser natürlich Andreas Jakob dazu. Und der ist jetzt da. Sag mal was, Andreas, ist für dich denn so typisch Mann? Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Hätte ich mich darauf vorbereiten müssen. Ich würde sagen, typisch Mann ist, wenn man als Mann auf die Frage, was eigentlich typisch Mann ist, keine Antwort hat. Hat sich ja alles verändert. Man darf ja heute sein, wie man will. Aber es gibt hier im Tepi am Kanzleramt eine ganz schöne, wunderbare Sammlung an Klischees, die vielleicht früher gestimmt haben und heute nur noch so halbstimmen. Zum Beispiel dieses Klischee hier. Der Mann liebt sein Bier. Und er hat es in rauen Mengen im Bauch und dann vielleicht auch im Setzkasten am Regal, zu Hause, an der Wand. Ja, ein solches Klischee ist das Bier. Und es gibt viele andere sehr schöne Klischees, die heute hier auf die Bühne gebracht werden. Von der Schweizer A Cappella-Gruppe Blitz. Die sind gerade auf Deutschland-Tournee mit ihrem Programm Mannschaft. Bizzeps, Bier und Haarausfall. Samstagabend, da guck ich die Sportschau. Und ich war gerade silvokussiert. Doch plötzlich steht meine Frau vor dem Sofa. Man hat sich für mich ganz neckisch strapiert. Acht, neun, zehn. Na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Teenie Weenie, FC Bayern-Fan-Bikini. Der stand ihr wirklich phänomenal. Ihr Itzi Bitsi Teenie Weenie, FC Bayern-Fan-Bikini. Und plötzlich war mir die Sportschau egal. Wir haben heute unser Neu-Zietestate. Was für musikalische Männer das doch. sind Blitz aus der Schweiz. Es ist ihre 25. Station, gerade auf der Deutschland-Tournee. Aber Sie sagen so, Deutschland ist das eine, Berlin das andere. Ein ganz anderer Plan. Nee, Berlin ist halt so aufregend. So, und jetzt sind wir hier in der Vorbereitungskabine. Hallo Männer, guten Abend. Und da halten wir uns ganz kurz über das Thema Männer. Gibt's eigentlich irgendwas, was ihr definitiv nicht machen würdet, wenn Frauen jetzt hier im Raum wären? Wie zum Beispiel unsere charmante Frau in der Kamera, Annette. Hallo Annette. Ja, furzen wahrscheinlich. Also man nimmt sich schon zusammen als Mann, oder? Einfach nicht laut. Einfach nicht so, dass man's hört. Okay, aber wir werden's nur mit den Nasen spüren. Ich verrate's, wenn's passiert ist. Es ist ja bei dem Programm so ein bisschen wichtig, über Männerklischees zu reden, mit einem lachenden Auge durchaus. Warum muss man das nochmal thematisieren? Ja, weil der Mann von heute ganz, ganz viele Aufgaben hat. Er muss der Ernährer sein. Er muss der Romantiker sein. Er muss der Liebhaber sein. Er muss der sein, der die Kinder wickelt und mit denen in den Park geht und spaziert. Das ist schon, das muss man schon thematisieren. Und da unterscheidet sich der Anspruch an den Schweizer Mann nicht vom Anspruch an den deutschen Mann? Da sind wir hier, um das herauszufinden. Ah. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen in Deutschland gespielt. Habt ihr was mitbekommen? Wie geht denn das Publikum, vor allem das männliche Publikum, damit um? Sehr, sehr, gute Frage. Sehr positiv eigentlich. Also wir bekommen da sehr schöne Rückmeldungen. Es ist immer schön, wenn nach dem Konzert auch viele Männer zum CD-Stand kommen und sagen, ha, 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 cool. Ihr habt das Programm ja in der Schweiz geschrieben, erstmal fürs Schweizer Publikum. Der Schweizer Dialekt ist einer, manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, auch wenn es ein sehr, sehr sympathisches Volk ist. Musstet ihr viel umarbeiten fürs deutsche Publikum? Das hab ich nicht ganz verstanden. Das war jetzt Hochdeutsch. Vielleicht probier's in Englisch, das verstehen wir uns ja heute besser, oder? Das können wir auch nicht. Nein, wir mussten natürlich den einen oder anderen Song umschreiben, komplett auf Schweizerdeutsch. Der eine oder andere Hilfettismus war trotzdem nicht rauszukriegen, weil wir den, wir sagen zum Beispiel immer noch parkieren und grillieren und nicht parken und grillen. Aber ich glaube, ihr werdet uns schon verstehen heute. Ich glaube auch. Also vielen Dank dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Die Show beginnt um 20 Uhr. Ihr dürft euch nur vorbereiten und wir bleiben beim Thema Mann. Was ist schön an dem und was ist nicht so schön an dem? Habe ich vorhin mal gefragt vom Brandenburger Tor. Pingelig. Wie sag ich mal? Kleinlich. Kleinlich, meinst du? Ja. Geht's um Rechthaberei? No, no, no. Ja, eher zu Hause. Beim Aufräumen alles schön zusammenlegen. Ich bin da manchmal ein wenig chaotischer wie er. Übertriebene Liebe zum Fußball, übertriebene Liebe zum Bier, übertriebene Liebe zu im Unterhemd, auf der Couch rumlungern, das hat er nicht. Nein, das hat er auf gar keinen Fall. Okay, der hat eine Liebe zur CDU und zu seinen Bienen. Und CDU ist so ein männliches Relikt aus vergangenen Tagen? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. In welchen Fächern bräuchte Ihr Mann noch Nachhilfe? In der Geduld. Also da geduldig ist er gar nicht. Das kann man noch lernen. Den Spruch bitte nochmal. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber flott. Wenn Sie diese Klischees auch gerne mal miterleben möchten, auf der Bühne, charmant präsentiert. Morgen sind Sie noch hier. Bliss startet um 20 Uhr, Karte kostet ab 25 Euro. Und ich habe das Gefühl, wenn man so in diesen Klischees rumwühlt, es ist einfach schön dann zu merken, es bleibt nicht viel von übrig. Wir Männer sind mittlerweile befreit. Wir können so sein, wie Gott uns geschaffen hat. Also als Frau, nur eben mit Penis. Wir können so sein, wie Gott es ist.